Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich muss den Führer sprechen In welcher Sache? Ich soll erschossen werden Warten Sie hier Die Waffen bitte Hier nicht Wache 2 Verstanden Herr General Sie nicht Schau mal, wer da kommt Ja Was geht hier eigentlich vor? Warum soll ich erschossen werden? Sie wissen von dem Befehl des Führers, dass ein Ausweichen nach Westen für alle ausdrücklich verboten ist Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen Wovon reden Sie? Meine Einheiten stehen seit Tagen in schwersten Kämpfen Mein Gefechtsstand ist ein Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt Weiter Sehen Sie das? Ich verbitte mir Ihren schnodtrigen Ton Und jetzt tun Sie, was Sie nicht lassen können Ich glaube, Sie sollten die Sache dem Führer selbst vortragen Kommen Sie mit Kommen Sie mit